So! Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Cisco Wingman! Mit dem Bust wieder am Start, ja? Ja moinsen, Leute. Bust get up. Ja moin, Leute. Try mit dir. So! Wir haben schon länger kein Cisco mehr gespielt, ja. Also chillt mal ein bisschen, ne? Oh, egal. Das wird... Oh, scheiße. Unten! Beide? Ich glaube, einer. Ja, ich glaube beide bei oben. Wollen wir da? Pass auch, der andere könnte aussehen. Ich bleib oben, weiter. Nooice! Ich hab ein bisschen scheiße Chancen ausgereicht. Zum Glück hat's keiner gesehen. B-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Let's go, let's go, let's go. Muss ich mir wieder ein bisschen... ...ein bisschen Aim gerade trainieren machen. Alles klar. Okay. Der Typ ist auf jeden Fall scheiße. Also der letzte. Also von denen der erste. Ui-ui-ui-ui. Ich habe einen... Ich habe einen Schokoriegel. Für'sch hoch! Leide. Meine Fresse, ich weiß nicht, wo ich gestanden habe, ey. Ich wollte dreimal geflasht. Ah, die sind da. Irgendwo am rumlungern. Immer nach unten. Ach komm, ich höre mich nicht an. Ach so, okay. Ich hab mich erschrocken, Mann. Er sagt, ich muss ein Aim erst trainieren. Ich hab letztens nur Headshots mit der Dio gegeben. Ach ja, okay. Woher tun sie mir das jetzt? Ja, weil ich mich gerade schlecht fühle. Okay, krass. Der ist doch tot. Einer. Der andere so, ja. Okay. Runden, oder was? Oh, wow, wow, what? What? Außen liegt mal ne Awe. Außer, ne, außer, ne, ne, Geländeraußen. Da hin, oder was? Ne, da. Da wurde gestorben. Da. Ja. Da geh mit auf, was? Ich geh mit weg rein. Geh die mir einfach. Den Sahniksten Heller. Oh, mein Gott. Lauf. Let's go. Einer. Ah, Awe, Awe. Er Cuidä. Gratias, mein Freund, gratias. Wie war das nochmal mit der Granate? Oh ja. Wieder bei dir? Ach man, wieder Awe weg und beide Raschen durch. Können wir durchschießen? Das besteht nur aus Holz. Alles klar, mein Aim ist gar nicht klar. Das ist doch nicht dein Ernst. Mein Aim ist gerade 0 da. Ich entschuldige mich. Ah ja. Ok. Okay. Go, go, go. Go, go, go. Flashbang. Ich bin wieder unten. Der mit der Awe ist draußen. Ich hab die Awe für dich. Versuch nicht einmal hier, ne? Versuch es einfach nicht. Tauschen. Ach, fuck off. Sag ich hab die Awe für dich dabei. Ja, ich hab verkauft, man. Ist so schlimm. Let's go. Man kann verkaufen. Alter, Basti. Beide? Keine Ahnung. Ich hab bisher nur einen gesehen. Da muss er irgendwo rumlungern. Ich hab die Wand so ein bisschen bemalt, muss ich sagen. find ich gut. Ich versteh's nicht, Alter. Ich war auf ihn drauf. Auf jeden Fall. Unbelievable, ey. Ah, Zeit. Mach ein Tänzchen mit dem. Drei Sekunden fürs Blenden. Soll ich den Waffe drogen? Ach ja. Guck mal her. Der. Nee, Kollege. Der ist unten, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaub, der ist sogar angehittet. Nice one. Good half. Der, der ist unten. Ey, wieso bist du denn gedownranked? Ich hab ne Ahnung. Oder warst du nicht gedownranked? Juck, ich muss echt wieder meine Headshot Aim so ein bisschen ranholen. Fällt mir gar nicht, Berger. Ich hab nicht einen mit Headshot geholt. Nicht einen. Der eine ist low. Ach, Mann. Jawohl. Gut, der eine war wenigstens mit Headshot. Pistolenmaschinen hier. Ja. Ist halt echt weird. So, also ich sag mal, die Runde, die ist gar nicht mal so scheiße. Da stehen sie in zwei oder so. Ja, ist mal full Flash. Alles klar, okay. Wir haben erst gar nicht realisiert, muss ich sagen. Er wollte sich da verstecken. Ich hab gesehen, wie er gesnippt ist. Ah, komm. Ich fütter wieder meine Star Trek. Bump Gun. Bump Gun. Hat er jetzt nicht gecheckt, wo ich war? Alles klar. Gut, nice game. Bis zur nächsten Folge. Oh, ciao. Oder rein. Und? Aufrank, aufrank? Nee, Volker. Macht nix. Alles klar. Danke. Hier geht's. Alles klar.